Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen, hier zu einer neuen Folge Fußballmanager 2013 Reloaded mit der Datenbank 1415, hier bei eurem Sphinx Mido und damit herzlich willkommen zum ersten Spieltag der Scottish Premiership. Wir sind wieder zurück, haben jetzt das erste Spiel im St. Mirren Park beim FC St. Mirren. Die Saison beginnt und ich habe jetzt den Fehler herausgefunden, weshalb wir vorher diesen orangenen Button hatten, zumindest gestern. Das liegt einfach daran, dass ich zu viele Leihspiele aufgestellt habe und das wird jetzt ein Problem sein dann in dieser Saison, weil ich habe viele Spiele ausgeliehen, wir dürfen nur maximal vier nominieren, also das heißt zwei in der Anfangself, zwei auf der Bank, deswegen müssen wir jetzt da gucken. Die weiteren Begegnungen, Celtic Glasgow gegen Ross County, FC Dundee gegen Hamilton, Academical, Kilmanock gegen Aberdeen, Patrick Sistel gegen FC Motherwell und St. Johnson gegen dann United und dann würde ich sagen, geh mal rein, Textmodus ist hier angesagt und wir sagen, geht raus und spielt ordentlich Fußball. Auf geht's, Glasgow! Unter der Referee-Leitung von Willem Kellem. Und damit moin moin und herzlich willkommen, das Duell der Erzrivalen läuft und Getscherini bekommt hier gleich die erste gelbe Karte der Saison. Das hat gerade mal zwei Minuten gedauert. Na, herzlichen Glückwunsch! Und ich sehe hier, ich habe noch keine Anweisungen gemacht, das ist natürlich gar nichts. Na, das darf doch nicht wahr sein, als ob ich das vergessen hätte. Also, er ging nach vorne, Ball halten. So, bei ihm war das auch so, dass es eigentlich Ball halten war. Sefane durfte ruhig, bisschen mitgehen. Hält die Linie rechts, deswegen steil gehen und ins Tripling. Black darf den Ball halten. Law kriegt hier die ganze Palette. Oder auch nicht. Die ganze Palette kriegen die Stürmer. Ist natürlich jetzt ärgerlich, dass ich das vergessen habe. Muss ich halt im Nachbericht und in Folge zur nächsten Folge hier noch wieder anpassen und ändern. Keine Ahnung, weshalb das nicht übernommen wurde. Ist mir delikat hier ein Rätsel, aber naja, ist egal. Dann stellen wir das halt ein, kostet halt ein bisschen Zeit, aber naja. Ist egal. Vielleicht haben wir auch deshalb in der Vorbereitung einige Probleme gehabt. Dadurch, dass die Anweisungen gefehlt haben. Also, das hier sieht jetzt soweit in Ordnung aus. Die machen hier überkreuz. Die nach vorne und dürfen rein flanken. Die beiden hier. Lasaro ist soweit in Ordnung. Ihren Black muss hier ein bisschen. Die da und das würde ich sagen, das passt dann zu weit. Also, wir waren ja dabei, hier die Anweisungen zu ändern, nachdem Getscherini hier die gelbe Karte gesehen hatte. So, dann gehen wir rein. Getscherini, gelbe Karte. Jetzt natürlich gleich mal ein Bärendienst hier früh zu Beginn. Aber wir wollen hier damit schon früh ein Zeichen setzen. Von daher sagen wir jetzt mal voller Angriff und haben hier auch die erste Möglichkeit. Beim Konto über Valentino Lazzaro gelangt, dass sie da zu Niki Lorda nach innen flankt. Alice Blammer rettet vor John Daly zur Ecke. Mal schauen, schaffen wir jetzt hier das erste Saisontor nach Ecke von Mächti Sifane. Die Ecke ist ein Tick zu kurz und kein Problem für Danny Granger, der den Ball auf Kosten einer weiteren Ecke hier klären kann. Und die Ecke kommt herein Mächti Sifane, zweite Ecke in der BG Kno. Kieran Hughes zögert im 1 gegen 1 gegen Kevin Kyle, sichert sich das Leder am Ende dann aber doch. Schade. Das wäre hier die Chance gewesen und Danny Granger bekommt die gelbe Karte. Die rote Karte, okay. Konnte hier Kevin Kyle nur durch eine Notbremse stoppen. Und damit sind wir in Überzahl. Ist natürlich ärgerlich für den Gegner, aber so ist der Fußball. Guter Angriff von St. Mirren, aber 7 Thompson ist da viel zu unkonzentriert. Sein schwacher Schuss geht klar am Tor vorbei. Und wir haben hier die Chance. 19. Templeton Zett zum Fernschuss an. Der Gerät zur Bogenlampe und verzielt sein Ziel am Ende deutlich. Das heißt Distanzschüsse gehen raus hier. Und wir gehen nochmal voller Angriff. Gary Thiel versucht auf links durchzukommen, doch Sifane läuft in den Ball ab. Klasse. Genau deswegen haben wir ihn geholt und jetzt haben wir die Chance. 26. Spielminute und der prozentige Lazaro schickt mit einem weiten Ball. John Daly, der auf Kyle passt, der nur noch einschieben muss. Und wir haben das erste Tor der Saison. Kevin Kyle mit dem ersten Tor in der Saison. Erste Vorlage. John Daly. Klasse. Jim Goodwin mit einer schönen Balleroberung im Mittelfeld. Und das war es auch wieder. Nächste Möglichkeit für uns. Eine vorunglückte Kopfabwehr landet bei Kevin. Kyle. Er trifft aber nur John Daly. Schade. Schade, schade. Sam Mirren jetzt mit der Möglichkeit. Schneller Angriff von Sam Mirren. Anthony Brady ist zunächst vorbei. Nicky Law, der versucht in der Mitte lauenden Gary Harkins in Zähne zu setzen. Misslingt aber völlig. So und es spielt Ledgerd vor sich hin. Weiterhin 1 zu 0 hier. Und wir haben jetzt nochmal die Möglichkeit. In der 40. David Templeton geht auf der rechten Seite. Durchschlägt den Ball flach in die Mitte. Dort lauert Kevin Kyle. Aber heraus kommt nur ein harmloser Roller, der weiter am Tor vorbei geht. Torhüter Kieran Hughes hebt die Hand und lässt sich vom Balljungen einen neuen Ball holen. Und das Spiel geht dann gleich in die Halbzeit. So, da muss der irische Nationalspieler mehr draus machen. Nach einer Chance von Valentino Lazzaro. So. Frischetechnisch haben wir nur 2 hier zu verärzten mit Alex Pierce. So. Stimmung 12 von 20 Teamwork 38 von 100. Das ist gar nicht Weltklasse. So haben wir uns das vorgestellt. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch gleich mal rein. Und können eigentlich austauschen. Ich würde mal sagen, Timo Röcker kommt damit zu seinem Debüt. Tun das natürlich hier dann noch abändern. Er darf natürlich wieder Tacklings machen. So. Dann gehen wir rein. Zweite Hälfte. Hoffen mal auf eine schöne zweite Halbzeit. Und hoffen auf einen besseren Ausgang der Partie hier. Jetzt erstmal der Wechsel von Simo Röcker führt Getscherini, der mit der 2,5 bislang eine gute Partie gemacht hat. Wir haben die erste Chance hier. Nach einer schönen Kevin-Kalflanke verlängert Blammer. Das ist wieder unglücklich zu Lazzaro, der ohne Zögern abzieht. Lee Mayer bekommt jedoch noch die Fußbüttender Stützen. Und es gibt Ecke, die wirklich gut hereinkommt. Von mächtigse Fahne. Blammer klärt zunächst. Dann gewinnt Mayer im Zweikampf gegen Templeton. Kevin Kalt steht in der Schussbahn. Fälscht den Ball mit der Hacke ab. Kieran Hughes ist chancenlos. Und der Ball kollert um Zentimeter am Tor vorbei. Schade. Das wäre die Möglichkeit gewesen. Aber so ist es leider gar nichts. So, 57. Nächste Möglichkeit. Valentino Lazzaro spielt aus dem Halbfeld in die Spitze auf Niki Law, der da vielleicht minimal im Abset steht. Und wir haben das 2 zu 0. Kevin Keil. Klasse. Zweites Tor in der Saison. Erste Vorlage von Niki Law. So, und ich denke mal, wir können hier Kevin Keil auch gleich mal auswechseln. Der Stadionsprecher gibt bekannt, dass der Ball der heutigen Begegnung von FM Arena gesponsert wurde. Auch nicht schlecht. Und jetzt kommt Dongo, ausverkauftes Haus hier in St. Mirren, beim Stand von 2 zu 0 für uns. Und jetzt kommt Jake Kebris für Gary Harkins in die Partie. So, David Barron mit einer gelungenen Aktion gegen Platz Zaro. Ruhig, baut er einen eigenen Angriff auf, mal hoffentlich wird er nix. Und wir wechseln hier bei einer nächsten Möglichkeit. Dongo spielt den Ball flach nach innen, aber Kieran Juster äußert aufmerksam. Sicher zu dem Ball, rechtzeitig vor Templeton. Der Ball kam auch etwas zu nah vor Tor. Und jetzt er wechselt Gilberto Silva, die frühere Legende des FC Arsenal, kommt hier für Ian Black in die Partie, der auch ein wirklich bis dato gutes Spiel gemacht hat. Und wir haben die nächste Möglichkeit. Nach Ecke von Mächti Sifane. Kieran Juster weiß dann nicht, ob er rauskommen soll oder auf der Linie bleiben soll. Bleibt dann aber gegen Dongo doch Zieger. Man muss heute die hervorragende Leistung von Kellem hier domde erwähnen. Das machen wir doch. Wirklich gute Leistung von Ihnen, Herr Schiedsrichter. Und jetzt beim Gegner Van Santen für Elias Blammer. Und wir haben die nächste Möglichkeit. Durchmächtig Sifane, fünfte Ecke. John Lilley will den Ball da am kurzen Pfosten verlängern, aber Jack Cabriss ist im Moment eher am Ball und kann die Ecke von Sifane per Flugkopfball klären. Chance für St. Mirren, 79. Minute. Stephen Thompson kann sich im Mittelstrafraum durchsetzen, aber Cameron Bell hat mit einem Schuss aus Spitzenwinkel keine Probleme. St. Mirren kontert jetzt aber zum Umständlich. Letztlich schießt Cabriss weit am Kasten vorbei. Anscheinend hat sich hier noch Lazaro verletzt. Hoffen wir mal, dass nichts Schlimmes hier ist. So, noch 5 Minuten sind hier zu gehen. Jetzt nochmal der Stürmerwechsel beim Gegner. Kielan Dillon kommt jetzt für Stephen Thompson in die Partie. Und das Spiel neigt sich jedem Ende entgegen. Dongu trippelt Baron einfach aus. Sein kluger Pass nach innen auf Templeton. Und er muss sofort raus. Das darf doch nicht wahr sein. Bleibt unglücklich hängen. Außenband Anriss. Leistet uns damit einen Ehrendienst. Wir können eh nicht mehr wechseln. Von daher die letzten Minuten nur noch in Unterzahl. Chance nochmal für St. Mirren. Bei einem Konter über J. Cabriss gelangt das Leder zu Goodwin, der nach innen flankt. Alex Pierce rettet vor Dillon zur Ecke. Klasse. Hoffentlich wird die hier nix. Ecke von Gary Thiel, dem Stürmer. So, Darren McGregor kann sich durchsetzen. Bell muss da auch nicht eingreifen. Und jetzt noch eine Minute Nachspielzeit hier in St. Mirren am ersten Spieltag der Scottish Premiership. Und wir können unseren ersten Sieg feiern nach vierjähriger Abstinenz in der ersten schottischen Liga. Wir sind wieder zurück mit einem 2 zu 0 Erfolg. 61 zu 39 Prozent Ballbesitz gegen Paisley. Okay, nicht St. Mirren. Okay, auch in Ordnung. Sechs kleine Chancen. Wir dagegen mit 15 Chancen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Nachbericht wieder. Und damit herzlich willkommen hier zurück zum Nachbericht des ersten Spieltages der Scottish Premiership. Wir haben es geschafft, haben an diesem ersten Spieltag mit 2 zu 0 gewonnen. Bester Mann bei uns heute. Simo Röcker, der eingewechselte Linksverteidiger mit einer 2,0-Klasse-Spiel gemacht. Hat jetzt eine 13er-Form und eine 66. 800.000 jetzt schon wert. Haben wir zumindest schon mal ein klasse Geschäft gemacht. Wir müssen bedenken, er kam ablösefrei. Donggu noch mit einer 3,0. Kevin Kyle heute Klasse-Spiel gemacht mit seinen zwei Toren und der 2,0. 3,5 hier bei John Daly. Niki Law mit einer 3,0. Getscherini 2,5. Auch Klasse-Spiel gezeigt. Beim Gegner, die lange in Unterzahl spielen mussten, Danny Granger, ist sehr früh geflogen. Ist jetzt auch schon für zwei Spiele gesperrt worden. Wir gucken mal bei David Templeton, wie lange er denn ausfällt. Drei Wochen. Drei Wochen unser teuerster Mann hier. 3,7 Millionen Marktwert. Also würden wir ihn verkaufen, würden wir noch so ungefähr 5 Millionen machen. Und könnten mit dem Geld locker in andere Spieler uns das Geld einsetzen. Eigentlich ist er dann praktisch unsere Lebensversicherung. Mal schauen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Vor allem jetzt nach den ganzen Fehler, den ich ja gemacht habe, mit den ganzen Leihspielern unter der Prämisse, dass wir nur 4 aufstellen dürfen. Beide Ansprachen haben funktioniert. Jetzt zu den Statistiken. 8 zu 3 Schüsse. 2 auf 4, 6 daneben. 9 zu 3 Chancen. 61 zu 39 Prozent Ballbesitz. Und Spieler des Spiels, Simo Röcker. Die Partie fand bei 13 Grad statt. Ist zumindest auch schon schönes Wetter. Jetzt zu den Ergebnissen. FC Dundee schlägt Hamilton Academical mit 1 zu 0. Kilmer noch unterliegt FC Aberdee mit 2 zu 3. Sam Johnson mit dem 1 zu 0 gegen Dundee United. Patrick Sistel unterliegt Motherwell mit 1 zu 2. Sam Mirren unterliegt uns mit 0 zu 2. Und schlussendlich Celtic Glasgow mit dem 3 zu 0. Damit Celtic Glasgow, Tabellenführer, dahinter wir. Und der FC Aberdeen. Also es geht wieder los. Wir sind wieder zurück. Gucken wir mal ins Unterhaus in die Championship. Dort hat der erste Spieltag angefangen. Dann Barton mit dem 1 zu 0 gegen Rean Rockmorton. Hardoff Misslosian schlagt. Schlagen hier die Hips mit 4 zu 0. Baumis Mannschaft ist hier schon wieder top. Stenhaus Mujer unterliegt 0 zu 2 FC Livingston. Queen of the South 2 zu 0 gegen die Race Rovers. Und der Lower Athletic 1 zu 1 gegen Enverness. Mal gucken in Österreich. Ging es auch schon los? Vierter Spieltag. Salzburg vor Krödig und Rapid Wien. Der meiste nur auf der 4. In Belgien Gent vor Genk. In Frankreich. In Frankreich Lorient 1 vor Monde und Marseille. Und wir kriegen noch aus der französischen Liga noch einen schönen Neuzugang von Olympique Lyon. Dritte Liga VfB Stuttgart 2 vor Bayern München 2 in Rot-Weiß Erfurt. Ingolstadt der Absteiger auf der 4. In der Regionalliga Nordwerder Bremen 2 vor VfB Neumünster. In der West-Aachen vorne. In der Südwest-Hoffenheim 2 vor Wiesbaden. SH Wiesbaden 1899. Okay. Ein kleiner Traditionsverein wahrscheinlich. Dann Regionalliga Bayern Ingolstadt 2 vor Sonnenhof. Groß-Aspach. In der Realität würden die ja dann eher in der Südwest kicken. Dann in die Schweiz. Dort sehen wir Bessi Youngboys in Front. Basel auf der 3 der Meister und Pokalsieger. Und in Brasilien International Porto Alegre der Meister vor den Korinthians vorne. Jetzt zu den Stimmen. Das sagte heute President Stuart Gilmore von St. Mirren. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, hat sich wieder ein Profil-Neurotiker zu Wort gemeldet. Der meinte etwas über St. Mirren sagen zu müssen. Und ich sagte, wir hatten in beiden Hälften richtig starke Phasen. Wir haben vielleicht etwas in der Höchst begonnen. Waren aber vor jedem der beiden Treffer richtig drin im Spiel. Haben unsere Akzente gesetzt und fühlen uns immer wohler. In der zweiten Hälfte haben wir gleich richtig losgelegt. Und so mit 2 zu 0 gewonnen. Und St. Johnston. Zitat des Tages von Trainer Stephen Lomis. Der Barry Murphy ist ein ruhiger Pol. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Spieltagsstatistik. Dort sehen wir heute drei von uns in der Elf des Tages. Mitchell, Berthus, Silva mit Zimo, Röcker und Kevin, Kyle. Klasse Leistung. Dann sehen wir hier Calvin Sola. Der es in die Elf geschafft hat. Scott Brown von Celtic. Spence. Saunders. Murphy. Laisley. Ekpo. Also durchweg eine ordentliche Elf hier. Teamleistung heute beste. Mit einem Schnitt von 2,85 in der Saison. Hat sich daran nichts geändert. Beste Spieler. Kevin Calliette mit zwei Saisontoren in Front. Nach dem ersten Spieltag. Conning hier Notenbester Mann. Fairplay. Können wir ja nochmal gucken. Templeton drei Wochen. Barnetta noch zwei Tage. Und dann gucken wir mal runter noch in die Championship. Sehen hier einige Akteure, die getroffen haben. Sind unsere dabei. Da müssen wir nachher mal gucken, welche von uns denn gekickt haben. Und dann gehen wir mal in die Woche. So. Heute bekommt man ja als Trainer alle Daten über die Leistungen der Spieler. Hilft Ihnen das bei Ihrer Arbeit, wenn Sie wissen, dass der ein oder andere Spieler in halben Kilometer mehr gelaufen ist als der andere? So, mal gucken. Manchmal sind die Infos sehr hilfreich und so weiter. Fernbeliebtheit plus eins Moral alle plus eins. Alles richtig gemacht. Und dann geht's weiter. Sehen Sie hier, der Titelverteidiger startet mit einem Sieg gegen Ross County. Ausland, irgendwelche Informationen. Fernando Ariste, Guita. Hattrick. Nikita Jelavic wechselt so wegen Athletic. Nikita Jelavic kennt man ja noch vom FC Everton. Beziehungsweise auch bei uns hat er gekickt hier. Für eine Saison 45 Spiele gemacht, 30 Tore. Also das ist ja ein Gollgetter, wie er zur Brunze steht. Und Albert Bunyaku trifft nicht mehr beim FC St. Gallen der frühere Klauterer Nürnberger. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter in der Woche. Sehen hier wahrscheinlich noch ein paar Transfers darunter. Unsere hier mit Fares Bach Lully. Und damit können wir dann umstellen auf RA und LA. Möchte die 11 haben, kriegt er auch. Eigentlich wäre die 7 da eigentlich gut. So, stellen wir ihm mal die ganzen Sachen hier noch an. Recht der Mittelfeldspieler soll er ruhig mal pushen. Genauso den Offensiven. Damit er einfach variabler einsetzbar ist. An seinen anderen Werten können wir ja noch arbeiten. Wir haben ihn ja jetzt 2 Jahre. Harry Foss akzeptiert Angebot. Klasse. Dann haben wir einen Jugendmann hier für die zweite Mannschaft uns gesichert. Ist besser als der, wo wir da drin haben. Ganz ehrlich. Dann kann ich den gleich nach Hause schicken. So, in dem verpassen wir dann gleich mal Trainingsziele. So. Das passt soweit. Klasse. So, alles eingestellt. Den müssen wir dann auch noch umbenennen. Mach mal dann noch den Next. So, dann können wir eigentlich weitergehen. Sehen es hier 2 mal minus. Das ist natürlich gar nicht gut, wenn sowas dasteht. Aber so ist es halt. Sehen wir hier noch einige Transfers. Von Bernhard zu Ars Rom für knapp 30 Millionen. Daniel Rose von Tottenham zu Newcastle. John Stones zum FC Southampton. Radu zu Intermailand für 14 Millionen. Sanka wechselt zu Barcelona für 9,8. Dann sehen wir hier den Wechsel des Ex-Mannes. Zu Wigner Athletic hat man ja gesehen. Dann die Laie von Staffy Lides, Bachluli und Saar. Olkowski da noch. Und dann können wir eigentlich auch weitergehen. Dante im Fokus von Barcelona und Caceres. Von der möglichen Rückkehr. So, dann schauen wir einfach mal. Trankio Banetta ist wieder fit. Hauptsponsor stellt Siegprämien. Aufsicht von 17.000 sollten wir gegen Duny United gewinnen. Den Templeton müssen wir dann ersetzen. Jetzt holen wir mal Bachlulis so lange rein. Dann gehen wir hier mal weiter. So, Änderung der 5-Jahres-Wertung wir auf Platz 22. Und sehen jetzt die Rückspiele der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League. Startrennen ist eine Runde weitergekommen. Genauso wie Zenit St. Petersburg. Roningen hat es geschafft. Die BSC Young Boys sind eine Runde weiter. So wie Red Bull Salzburg. Oder wie sie in Europa genannt werden. FC Salzburg. Medienarbeit zahlt sich aus. Mal schauen, ob sie sich auch wirklich auszahlt. Die Spieler der Europa League. Astrak Georgius weiter. Ferengvaros Budapest ist durch. Lech Posen hat es noch geschafft. Hat hier Malmö rausgeschmissen. Han Karijeka ist weiter. Genauso wie Heiduk Split. Zimpro wirft hier Kluge raus. Litek Slowitsch kam jetzt noch unter die Räder. Sirocchi Brejek ist da weiter. Göteborg hat es noch geschafft. 9-7 in der Endaddition. Legia Warschau ist weiter. Kilmanok hat es leider nicht geschafft. Schade. Erst in der Verlängerung gescheitert hier am St. Pratics Athletic. Beziehungsweise im Elfmeterschießen 6-3. Verloren. Vitesse Arnheim ist noch mit dabei. Granada hat es geschafft. Frankfurt hat es geschafft. Gewinnt insgesamt 6-2 gegen Panathinaikos Athen. Lille ist hier locker durch. Spartak Moskau ist hier durch. Besiktas hat es auch geschafft. Durch ein Tor von Hosse Ernesto Sosa, dem Ex-Münchener. Piraeus ist weiter durch ein Tor von Marco Pantelic, dem Ex-Hertha-BC-Akteur. Und FC Aberdeen hat es auch geschafft. Klasse. San Johnson ist am Ende rausgeflogen. Ganz knapp mit 5-4. Also nur ein Vertreter, der es hier weiter geschafft hat. Medienarbeit in den Niederlanden. Mal gucken, ob da irgendwas dabei ist. Glaubt eher nicht. Und dann haben wir es geschafft, zum ersten Heimspiel der Saison gegen den FC Dundee. Vorausverkaufte Hütte. So, dann können wir weitergehen. 5 Sterne der Saison bisher. Die Form 3 Sterne beim Gegner 5 Sterne. Und wir sehen, zweiter Spieltag. David Templeton fehlt aufgrund einer Verletzung. Es ist Hauptspiel. Zweiter gegen Sechster. Dann FC Aberdeen gegen St. Johnson. Und Hamilton gegen Celtic Glasgow. So, jetzt sehen wir hier wieder die Information. Zuvor haben wir hier noch ein paar Trainingsziele. So, nehmen wir mal den Tor hier nach unten. Der ist jetzt wirklich gut ausgebessert. Soll es sich hier um die anderen Werte kümmern. So, ist schon Lukas da. Da gucken wir auch mal kurz. So, Transfermarkt schließt in zwei Wochen. Da müssen wir dann auch noch mal gucken. Wie wir das Ganze organisieren. Und jetzt schauen wir erstmal, wer fliegt hier raus. Kyle hatten immer noch nicht ganz fit. Rankio Barnetta könnte jetzt theoretisch mit. Kann er rechts ran? Nein. So, Baluli muss dann raus. Barnetta kommt mit. Dadurch haben wir hier keinen Überfluss an Leihspielern. Dafür kommt dann, oh man. Einer von beiden muss jetzt rausfliegen. Wie gesagt, zu viele Leihspieler. Mal gucken, wer fliegt denn jetzt raus hier am besten. Kyle hatten, wie gesagt, nicht fit. Sonst hätten wir Stefano rauskicken können. Dann fliegt halt Elhaddaddy raus. Kommt Gilberto mit. Dann passt das hier. Das heißt wohl, dass wir noch mal andere Spieler kaufen müssen. Beziehungsweise verkaufen. So, dann gehen wir noch rein. Sieg Premier haben wir ja eine versprochen bekommen. Unsere kriegen aber 750. So, stellen das Ganze ein hier. So, dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. gegen den FC Dundee zu Hause. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst ein Abo da. Würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und alles Weitere.